Tiyayaktala Vrikshasana, die wiegende Palme, eine Aufwärmübung und Übung für zwischendurch, um die seitliche Flexibilität zu erhöhen, die Schultern zu mobilisieren und Verspannungen vorzubeugen. Eine Übung auch für zwischendurch, vorgeführt von Nora. Ausgangsposition Tadasana, dann gibt die Beine etwa 50 bis 70 Zentimeter weit auseinander. Dann beim Einatmen hebe den rechten Arm hoch und senke die linke Hand, das ist die Beine, entlang nach unten. Einatmen, Arm wieder hoch und ausatmen, senke den rechten Arm, hebe den linken Arm hoch und neige dich nach rechts. Einatmen, wieder hoch und ausatmen nach links. Mache dies ein paar Mal, so wie es jetzt gerade Nora macht. Das ist eben diese wiegende Palme oder auch diese Palme im Wind. Diese Stellung mobilisiert die Zwischenwirbelgelenke, sie öffnet die Rippen und beugt plötzlich Verspannungen und auch Verklebungen vor. Es ist gut, diese oder andere Dehnübungen auch zwischendurch zu machen.